Die Sportler in Wien können sich nicht beschweren. Das Wetter ist angenehm, um zu laufen oder Rad zu fahren. Sie freuen sich, dass im Prater kein Verkehr ist. Dort können Sie in der großen Praterallee laufen. Sie fühlen sich sicher. Natürlich, bevor Sie eine Tour durch den Prater planen, informieren Sie sich, wie das Wetter wird. Sportler interessieren sich für alles, was mit Bewegung verbunden ist. Egal, ob mit Geräten oder ohne Geräte. Manche treffen sich in der freien Natur, andere in einer Trainingshalle. Manchmal kann es auch passieren, dass Sie sich verletzen. Das ist natürlich unangenehm. Aber kein Sportler kann sich vorstellen, sich längere Zeit nicht zu bewegen. Sie würden sich sicher langweilen. Wenn Sie sich zum Sport treffen, ist es für alle unterhaltsam. Sie unterhalten sich über Ihre Erfahrungen mit dem Sport, geben einander Tipps. Und dann, wenn Sie Sport betrieben haben, setzen Sie sich vielleicht noch zusammen und essen gemeinsam zu Abend oder zu Mittag. Vor dem Essen wollen Sie sich natürlich frisch machen, sich duschen, wenn Sie geschwitzt haben. Zuerst ziehen Sie sich das nasse Gewand aus. Sie waschen sich. Manchmal baden Sie sich auch. Und dann ziehen Sie sich wieder an. Wenn Sie dann gemeinsam ein paar Stunden verbracht haben, verabschieden Sie sich wieder. Und Sie machen sich ein neues Treffen aus, um gemeinsam Sport zu betreiben.